Uhu! Das ist doch unser Vater! Hey, hier ist die unendlich Pfeile-Brout! Oh nein! Das war Vater! So, ähm, den ersten haben wir schon mal weg. Oh, okay, die kann ich nicht, die bei, oh. Okay, wir haben, ähm, darf ich auch bitte mal wieder was machen? Okay, das machen wir gleich nochmal, das war echt bis drin. Also wir sehen rechts dieser rote Bogen des Fahrers Leben. Auf den sollen wir, müssen wir auch acht geben. So, ähm, ähm, ja, wie weit darf ich dann, okay, so. Okay, jetzt laufen wir mal hier weg und nehmen erstmal die roten aufs Porden. So, hier müssen wir die, die so, und hier, und den hier müssen wir leider auch. Jetzt hat er uns ja schon wieder. Aber das gibt's doch nicht. Alter. Ähm, ja, darf ich hin? Weg hier, weg hier. Ich muss mal schnell, ähm, trinken gehen. Ich muss was trinken. Lass mich, lass mich, lass mich. Nein, rückwärts. Rückwärts. Ich block doch schon. Au. Ich will doch nur noch was trinken. Jetzt lauft auch nicht so schwul. Das geht so nicht. So, mal gucken, wie weit ich zurückspulen kann. Okay, ähm. Okay. Wir können also unseren Vater nicht blocken. Nein, nein, nein. Gut. Das war so nicht. Ja, ich weiß, dass das so nicht war. Gut, dann prügeln wir auf die blauen mal ein. Okay. So, jetzt haben wir einen blauen. Gut, das ist schon mal so. So. Also, die blauen Blatt prügeln. Und absorbieren. Die blauen Blatt prügeln. Aber ich glaube, dann kommt... Ah, wow, wow. Jetzt reicht's aber. Jetzt. Okay. Prügeln. Und... Au. Nein, zurückspulen. Alter, der macht vielleicht einen krassen Schaden, der Typ. So, den absorbieren. Wow, was geht ab, was geht ab. Den absorbieren. Und blocken. So. Absorbiert. Oh, da kommt schon der nächste. So. Ähm, jetzt müssen wir uns... Hinter euch! Jetzt müssen wir uns schnell weg. Sonst sterben wir. Okay, ähm. Ja, wenn wir nur so ein Fusserleben haben, dann müsste ich hier aus ihr Haus. Hinter euch! Hilft mir! So, hier, ähm. Und weg. Und tot. Kacke. Okay, wir haben hier noch genügend Sand irgendwie über. Jetzt holen wir uns den hier. Au. Nein! Weg! So, dankeschön. Und den hier auch. So. So. So, roto locken. Nein! Toll, wir können nicht weit zurück spielen. nein 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 so hat es nicht gehen wir können nämlich wenn gerade erst an ja ich weiß doch wir können nämlich nur so weit zurückspulen wie oben der kreis ist und wenn der kreis schon leer ist können wir nicht zurückspulen nach kacke drüber und abschneiden das kommt unser vater da hat ein lamm gelegt aua 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 also wenn wir jemand absolvieren wird dieser kreis wieder leer aua aua das möchte ich nicht so viel schaden auf einmal bekommen schnell weg helft mir ah jetzt sind wir genau in seinen schlag rein ich glaube das können wir unterbinden in seinen schlag rein ja sag mal dann müssen wir uns nach hinten drehen akkirjest machen wir wahrscheinlich nicht drum rum nein tremendously na so war das ich glaube wir werden noch eine kleine zeit hier halleluja bei diesem env stopped Das stört uns, dass wir keine Lebensanzeige von dem werten Herrn haben. So, einmal den absorbiert und jetzt schnell zum Fahrrad. Na los, jetzt mach den K.O. Oh, das war ganz schön knapp. Und jetzt zieh ich schnell hier raus. So, locken und... Na, ich vergesse das da. Ich drücke Down und auf Leertaste und will sie damit angreifen. Achtung, Fahrrad kommt. Fahrrad kommt. Oh, nein. Hey, sag mal. Weg und absorbieren. Und mir gut, dass der eine da im Weg war. Und absorbieren. Nein, nein, was mach ich? Was mach ich? So, jetzt wird es Zeit, dass wir uns umrum wollen. Fahrrad kümmern, blocken. Oh, ich bin tot. Ich hab doch geblockt. Na, dann laufen wir doch nicht mal weg hier. Nein, schon wir. Gibt's doch gar nicht. Weil die einfach ständig surrounden. Ah, was wir können, kann ich auch. Nein, jetzt hat er uns von hinten abgestochen. Nein, jetzt hat er uns von hinten abgestochen. Aber wir können dem auch nichts machen. Aber wir können dem auch nichts machen. Na, jetzt haben wir ihn schon ein paar Mal getroffen. Ah, und nochmal, und nochmal. Jetzt kommen wir von den Treppen runter hier. Ja, ich weiß, dass mein Leben niedlich ist. Und bam. Jetzt haben wir ihn nochmal getroffen. Sehr gut. Ich versuche dann auch immer mit dem Dolch zu treffen. Und nicht mit dem normalen Schwert. Ah, wir kriegen ihn. Jetzt gehen wir mal ein Stück zurück. Ja, wir müssen ihn beim Blocken halten. Dann kann er uns nicht angreifen. Ja, so langsam. So langsam wird's. Jawoll. Na los. Na. War der wirklich so ein scheiß Boss? Ah, das war doch mal was. Ich geh mal schnell was trinken. Oh, ins Wasser. Ah. Der will uns eindeutig nichts trinken lassen. Ja, die Sau. So, jetzt haben wir ihn schon. Ähm, vielleicht würdet ihr Farab vielleicht auch ein bisschen mitschießen. Das wär sehr gut. Jawoll, geschafft. Speicherpunkt freigeschaltet. Das war nicht mein Vater. Das war nicht mein Vater. Was tut ihr? Okay, jetzt müssen wir ausschreiben. Ah, der Visier. Speichern. Ja. Beim nächsten Mal fangen wir hier an.